jo freunde was geht hier ist khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von fifa 18 the fantas are back oder back ja freunde wir sind jetzt so weit angekommen das war jetzt vielleicht zu real madrid wechseln und wir hatten in der letzten folge ins one seo 2 zu 1 gewonnen und wir wollen diese siegeserie so weit wie möglich hinaus spielen und ja freunde ich will wieder lang drum herum eben und ich würde sagen wir starten direkt mal los schnapp dir ein leibchen junge ich sitze auf der bank der trainer meint der ganze transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab und ich sie das eigentlich aus mich lenkt überhaupt nichts ab echt nicht weißt du ich würde dich ja gerne halten was ist das denn? wieso spielen wir auf der bank? ich will eigentlich nicht mehr auf die counter ich will das nicht mehr, ob das nicht mehr in die es mache nicht mehr, weil es nicht mehr rausgelegt ist und da funktioniert Alexander sitzt heute auf der Bank. Harte Entscheidung. Ich kann das schon verstehen, Wolf. Der ist ja mit seinen Gedanken ganz woanders und nicht bei Manchester City. Vielleicht die Chance. Ein echter Blitzstart. Gleich der Rückstand für City. Und die Fans alles andere als zufrieden. Oh, der Ballverlust. Oh, gefährlich. Tor Nummer zwei. Unglaubliche Lücken da hinten in der Abwehr. Ja, die laden sie ja ein. Die Pfiffe werden immer lauter. Kommt Hunter jetzt vielleicht doch noch bei City? Sie versuchen das erneut. Was macht City denn dahinter? Das ist jetzt natürlich bitter. Okay, Hunter. Es geht los. Jetzt kannst du sie überzeugen. Braucht die nicht. Nur verabschiedet nicht. Was ist das mein Club? Natürlich. Noch ist das mein Club. Die wollen einfach nicht, dass du gehst, Junge. So, die Fans haben ihre eigene Meinung zu Hunter. Und die sagen und zeigen sie ihm auch deutlich, da ist im Moment wenig Sympathie vorhanden. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Und Gündogan. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Hunter. Da steht die Abwehr sicher. Per Kopf verlängert. Oh, ne, schade. Aber jetzt wieder abgedrückt. Er lässt, geht er rein. Ball ist jetzt erst mal raus. Gute Parade. Damit hat keiner gerechnet. Der Außenseiter liegt vorne und so langsam ist der Sieger. Ach, dieser Akku steht aber extrem gerade. Klar, sonst sind Lolle. Gar uns, kein Moment. Jetzt habe ich da los. Ach, jetzt kann es weitergehen. Manch hatte gerade nicht den ersten Torschuss gehabt. Scheiße, sonst bin ich immer abseits ganz weit weg. Die greift, Babushi. Ja, und das Spiel ist fast vorbei, Wolf. Und dann sind eben auch die Analysen alle hinfällig, wenn man so leidenschaftlich agiert. Hey, was ist denn? Gabriel Jesus. Da kann er sich den Ball holen. Nun, Kuro Naguero. Spiel doch. Spiel doch den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ärgerlich. Es gibt abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Wechsel bei City. Whitehead. Das ist komisch, wie die das gernert worden ist. Das war geil. Gut, er nimmt den Ball zurück. Alex Hunter zu Real Madrid. Das liest man im Moment überall. Wäre das nicht zu früh für ihn, Buschi? Es gab natürlich schon Beispiele, wo junge Spieler, ganz junge Spieler, zu solchen Top-Clubs gewechselt sind und dann auf der Bank versauert sind. Ob das Hunter auch droht? Ich halte es für möglich. Das ist so ein gutes Team, so ein überragendes Team. Ich weiß nicht, ob er da gut beraten wäre. Aguero in der Mitte. Schieber war dran. Er faustet den Ball weg. Den hat er. Jetzt können Sie durchatmen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und jetzt, Boni. Aber Mann, das kann doch nicht sein. Ey, zweiter Schuss. Und nun ein Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Hier ist eine Auswechslung bei Manchester City. Enke de Bräune. Ball kam gut, aber erst mal ist die Gefahr bereinigt. Und das ist der Ballverlust. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Kommt jetzt die Flanke rein? Ja, Flanke kommt kurz. Ja, da saß der Torwart natürlich. Dankeschön. Super dazwischen gegangen. Der Angriff jetzt über Aguero. Oh Mann. Sieht ihr mit dem Einwurf. Und jetzt werden sie wechseln. Alexander. Und das geht Eqbal. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Und Hunter. Schöne Zuspiel. Aguero jetzt mit dem Ball. Da kann er ihn stoppen. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Jetzt Jajatouret. Und Kevin de Bräune. Walker. Wilfried Boni. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schussversuch. Super Einsatz vom Torhüter. Auch der geht nicht rein. Der ist klasse drauf heute. Einwurf für City. Und Hunter. Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt Jajatouret. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Ich wollte gerade schon sagen. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Riesenchance für Aguero. Aguero. Der Ball ist drin. Da haben sie nicht aufgepasst. Und Aguero ist einfach eiskalt. In Unterzahl erzielen sie hier ein Tor. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ganz so gar nicht, Wolf. Aber das machen sie gut. Anstatt sich nur hinten reinzustellen. Versuchen sie selbst was nach vorne. Hier mit Erfolg. 3-1 heißt es also jetzt. So. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Und jetzt die Chance. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal. So oder so. Es ist abseits. Nachspielzeit wird angezeigt. 5 Minuten gibt es noch als Nachschlag. Jetzt Aguero. Könnte gefährlich werden. Wilfried Boni. Nein. Kein Tor. Schöner platzierter Ball. Aber am Ende eben doch kein Treffer. Die Bräune am Ball. Das ist der Ernst. Kuhn Aguero. Das ist doch voll bang. Aguero schießt. Da rettet die Latte. Glück in dieser Szene. Jetzt Alexander. Ja. 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 Das ist der Schlosswilfe. Nicht das Spiel, das sich alle erhofft hatten. Dass ich vor allem Alexander erhofft hatte. Kein Tor. Und ich glaube, die Kritik an ihm wird jetzt nicht leiser werden. Man hat eben schon so ein bisschen angemerkt, dass ihn das nicht kalt lässt. Die Kritik der Medien, die Kritik der Fans, das geht nicht spurlos an ihm vorbei. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin hellauf begeistert. Der Außenseiter gewinnt dieses Spiel. Und das ist Fußball, Wolf. Das ist Fußball. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Alex, eine Niederlage heute und auch kein leichtes Spiel. Nach ihrem Transferwunsch haben die Fans eindeutig reagiert. Was ging ihnen durch den Kopf, als sie den Platz betraten? Das kennen wir ja doch. Follower, hoch, Follower, runter. Okay. Ich wollte den Fans zeigen, was ihnen künftig entgehen wird. Ich wollte den Fans zeigen, wie viel mehr der Krupp bedeutet. Ich wollte die Buhrufe ausblenden und das Spiel noch drehen. Ich wollte uns zurück ins Spiel bringen und die Fans ignorieren. Solange ich im Team bin, gebe ich auch 100 Prozent. Und zwar in jedem Spiel. War das ihr letztes Spiel für diesen Club? Das kann nur der Club beantworten. Ich konzentriere mich aufs Spiel. Und wenn ich spiele, will ich auch für das Team gewinnen. Danke fürs Gespräch, Alex. Wir machen weiter Fortschritte mit unserer Wertung. Ja, die hat uns die Brauchstätigung auf der Bank gelandet. Wir machen weiter Training. In 15 Stunden endet die Transferperiode. Und es ist immer noch nicht klar, ob Alex Hunters Sendationswechsel zur Real Madrid auf KZ... Okay, okay, ich komm ja. Der wahrhaftige Superagent Michael Taylor. Wo muss ich unterschreiben? Du musst sofort mitkommen. Warum? Was? Was? Warte! Los! Komm schon! Fahrmensch! Alles dicht verbrannt. Okay, Mike. Du machst mir langsam Angst. Was ist bitte los? Wir wurden verarscht. Der Agent, mit dem ich Kontakt hatte... ...ist ein richtiger Gauner. Bewegt dich! Mann, du... Du meinst, Real will mich nicht haben? Der Typ ist einer dieser Pseudo-Berater. Ein absoluter Fake. Einer von den Typen, die Scheinverträge zwischen Spielern und Clubs schließen. Real hat er zu keinem Zeitpunkt Kenntnis. Michael! Mach schon! Wo fahren wir überhaupt hin, Mann? Wir müssen deine Karriere retten. Bitte versteht, dass diese Geschichte dem Club enorm schadet. Wir mussten davon ausgehen, dass das Angebot echt ist. Das verstehe ich, aber dennoch hat Alex um einen Wechsel gebeten. Mein Herz schlägt immer noch. Unverändert. Für diesen Club. Schön für dich. Der Manager sieht das leider anders. Es tut mir sehr leid, aber seiner Meinung nach gehörst du nicht mehr zur ersten Mannschaft, Alex. Ab jetzt trainierst du mit dem Jugendteam. Was für ein Blödsinn. Er hat den Club zum Erfolg geführt. Dennoch, die Entscheidung steht. Okay, keine Sorge, Alex. Wir haben noch andere Angebote und zwölf Stunden, um uns zu entscheiden. Allerdings nur, solange der Neue vereinigt in der Premier League oder im Europacup spielt, sind wir für Gespräche offen. Ein Wechsel zu einem Rivalen ist ausgeschlossen. Sie wollen etwa ein Vermögen ausschlagen? Der Markt spielt gerade verrückt. Und wir werden uns nur auf Deals einlassen, die nur einem nützen, nämlich uns. Ja, 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 tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Ich rufe zurück, ja? Gut, okay. Wir haben bis Mitternacht. Wir finden schon was. Ich hab's versucht. Das war alles deine Idee. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, das wird klappen. Er hat so authentisch geklungen. Deinetwegen ist meine Karriere jetzt zu Ende. Und die Nationalmannschaft kann ich jetzt auch vergessen. Ich hab'n Fehler gemacht. Weißt du, ich meine... Weißt du, vielleicht wollte ich es einfach zu sehr. Bitte, was? Sei mal ehrlich, Alex. Wie viele Superstars vertrete ich gerade, hm? Früher hat ständig das Telefon geklingelt. Die Stars wollten alle bei mir unter Vertrag stehen. Aber jetzt... Jetzt nimmt keiner das Telefon ab. Ich krieg' einfach nichts mehr. Als das mit Gareth schief ging... ...war alles fast verloren und ich... ...musste was tun. Ich muss zurück. Du meinst das ernst, ja? Ich habe... ...alles für dich getan. Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt dann, hm? Glaub mir bitte. Ich wollte für dich das Beste. Tut mir leid. Jetzt müssen wir glauben, das war... ...dann wirklich... ...also... ...ne, das war's. Elektrisch. Ja, genau. Das ist scheiße, was er gemacht hat. Wir müssen... ...auskriegen. Das war's. Komm schon, Alex. Lass uns darüber reden. Ich finde eine Lösung. Raus. Was auch immer passieren wird. Es war mir eine Ehre, dein Agent zu sein. Kalliser. Ja, das war's, ja. Dad, das ist kein guter Zeitpunkt. Suchst du noch einen neuen Fußballklub? Ja, und einen neuen Agent. Ich hab Michael gefeuert. Tja, das war abzusehen. Ja. Jetzt ist es eh zu spät. Zu spät ist es nie, Alex. Dad, ich steck gerade in der Klemme. Ich ruf dich morgen wieder zurück, okay? Morgen ist leider etwas zu spät. Gib mir nur fünf Minuten. Ich hab hier jemanden für dich. Wie geht es dir, Alex? Javier González. Und Sardes hier kennst du sicher noch. Du suchst also nach einem neuen Verein. Und wie der Zufall so will, haben wir momentan ein großes Verletzungsbech. Also suchen wir einen neuen Stürmer, um noch in die MLS-Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber das klingt nach einer perfekten Gelegenheit. Bei Interesse einigen wir uns erst ein bisschen. Aber ich brauche jetzt eine Antwort. Alex, das kann dir helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Ich weiß nicht, Dad. Das geht mir alles irgendwie viel zu schnell, weißt du. Es ist die Chance für einen Neubeginn, Alex. Und Alex, wie entscheidest du dich? Willst du mit den Kids trainieren, oder willst du der Welt bei den LA Galaxy zeigen, was du so drauf hast? Also das ist echt komisch mit Anfang der Karriere. Wie gerade so gut ist. Ja, das ist jetzt auch egal. Wir haben einen Ultimate Team Belohnung freigeschaltet. Und das machen wir später. Oder vielleicht auch gar nicht. Das war mir leide. Ja, Freunde. Wir haben ein Angebot bei LA Galaxy, die ihr gerade mitbekommen habt. Und ja. Ich finde es kein guter Wechsel nach Amerika, also USA zu ziehen, weil die Liga einfach Schrott ist. Aber das Spiel ist leider so eingestellt worden, nehme ich mal an. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge zum FIFA 18 The Journey. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Khalid und ciao. Bis dann, euer Khalid und ciao.